Das ist Rudolf, ein braver, liebenswerter Familienmensch, der jeden Sonntag die Heilige Messe besucht, Mitglied im örtlichen Tierschutzverein ist und den das Leben stets auf die Sonnenseite führt. Das ist eine große Herausforderung. 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 Seit wann haben Sie schon diese Wudosbrüche? Herr Rudolf, ich verabrede Ihnen einen Termin beim Arbeitsmarktservice. Die werden sich darum bemühen, dass sie eine anständige Arbeit bekommen. Ich schlag wirklich keine Unschuldigen. Schläger bekommt immer nur der, der es verdient. Und irgendwer schickt ihn dann schon zum Richtigen. Das Gesetz der Anziehung nenne ich das. Herr Rinder, mit Ihren Qualifikationen schaut sich nicht besonders gut aus. Die Jünger werden es auch nicht mehr. Aber Schanz, da habe ich schon das Richtige für Sie. Herr Rinder, Herr Peter! Ja, ich bin nicht da. Sie dürfen hier nicht rauchen. Also, das war's jetzt. Das ist super nett wie ernst. Ja, das war's jetzt. Geschenke, 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 ich will Geschenke. Geschenke, 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 Geschenke. Können Sie essen, oder? Wupp, wupp, wupp! Ist ja gar kein richtiger Nicolo! Du bist gerechter Kerl! Geschenke, 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 Geschenke! Scheiße! Was schott der so David? Was schott der so David? Was schott der Nix? So goes. Na was denn? Sollten Sie dem Kind mich was schenken? Eine Geschichte erzählen oder vielleicht ein Liedchen singen? Du darfst mir nix tun! Du darfst mir nix tun. Sind sie wahnsinnig? Wo spielen sie denn da so auf? Wer sind denn sie? Ich bin der Center-Manager. Schau sie aber nicht aus wie der Holmer. Geh jetzt die Mützen auf und raus mit ihrem. Ich mach das schon. Rudolf the Red-Nosed Reindeer Had a very shiny nose And if you ever saw it You would even say it glows And all the other reindeers Used to call and love him names They never let Rudolf Join in any rainy game Then when the foggy russier Santa came to say Toad Beat G Jordan UNTERTITELUNG OPALA OPALA Das ist nun der vierte Jobwechsel, den Sie in diesem Monat machen wollen. Herr Rinder, ich glaube, Sie haben falsche Vorstellungen vom Leben. Und die Moral von der Geschichte? Ob Staat, ob Wicht, ein Opfer ist man oder nicht. Frohe Weihnachten, meine Lieben. Frohe Weihnachten, meine Lieben. Und wenn du immer sah es, du würd even sagen, es glows. Und all the other Reindeers oder nicht. Frohe Weihnachten, meine Lieben. 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 Frohe Weihnachten, meine Lieben.